Zwei Fadenpendel sind mittels einer Schraubenfeder miteinander verbunden. Je nach Anfangsbedingungen zeigen sich unterschiedliche Schwingungsverhalten des gekoppelten Systems. Zuerst die gleichphasige Schwingung. Die Amplitude der beiden Pendel nimmt aufgrund der schwachen Dämpfung langsam ab. Im zweiten Fall schwingen die Pendel gegenphasig. Die Frequenz ist jedoch für beide Pendel gleich und wiederum ist das System schwach gedämpft. Zu guter Letzt wird nur das eine Pendel ausgelenkt, während das andere ruht. Wegen der Kopplung gerät auch das zweite auf Kosten des ersten Pendels in Schwingung, bis es seinerseits die maximale Amplitude erreicht hat und das erste Pendel ruht. Im Anschluss beginnt wieder das erste Pendel zu schwingen, indem es dem zweiten Pendel Bewegungsenergie wegnimmt. Dieses Phänomen trägt die Bezeichnung Schwebung. Im Anschluss in Wirkung. Im Anschluss in Weckers Im Anschluss in Dezänte